Nein! Mhm. Ich wollte auf der Plattform landen. Hat super geklappt. Ah, ich muss sagen... Okay, schauen wir uns das weiter an. Vielleicht müssen wir da runter, wo die Mine ist. War, beziehungsweise... Aber ich würde auch gerne da oben hin. Oh, landet er drauf. Gut gemacht. Und jetzt bitte Licht. Ja! Und wir werden wieder Opfer von Minen. Vielleicht geht's auch hier weiter. Oh, ich bin verwirrt. Okay. Whatever. Ach Gott. Das interessiert die Mine nicht. Komm, verschwinde. Ich glaube, hier geht's weiter, um ehrlich zu sein. Ah, ihr werdet's mir verzeihen, aber ich geh nochmal schnell zurück zu diesem anderen Schacht. Der sah nämlich interessant aus und wir konnten da auch rein. Und zwar war der... Lustigerweise ist meine Frame-Anzeige von Fraps jetzt genau auf meine Anzeige für mein Leben und mein Schild, was ich nicht begrüße, um es mal vorsichtig zu sagen. Scheiße, Mann. Geil, bist du durchs Wahnsinns. Warum springst du auch einfach? Oh Gott. Warum ist diese Frame-Anzeige da? Ich weiß es nicht. Wir speichern nochmal. Laufe. Lauf da rein. Kommt man da überhaupt rein? Ganz ehrlich. Okay, da hat irgendwas gesagt, was hier nicht... Okay, vergessen wir es. Ich glaube, das wird nichts an der Stelle. Hätte ich das vorher probiert, hätte ich es vorher schon gewusst, aber gut. Jepp, nichts unterm Aufzug. Man muss einfach überall suchen, wisst ihr, Freunde. Man kann sich nie sicher sein. Und ein Butt-Gartang. Nehmen wir den noch mit. Äh, nochmal speichern. Moment, und bevor ich jetzt noch irgendwas mache... Ähm... Ich habe da irgendwas mit den Frames gemacht, aber sicher bin ich mir nicht. Oh, Brightness-Level. Mhm. Sehr schön. Mache ich das. Lassen wir das mal so. Jetzt ist sie wieder... Oh, ich weiß nicht, ich habe schon wieder einen Screenshot gemacht, aber die Ding ist auch weg. Ach, sie ist schon wieder an einer anderen Stelle. Ich bin so verwirrt. Habe ich jetzt... Freunde, nehmt es mir nicht übel, ich muss kurz nachschauen, ob da hier was nicht stimmt. Wir sehen uns gleich wieder. Nope, scheint alles noch zu passen. Geht's mal weiter. Oh, mein Gott. Super geht's weiter. Ich war ja wieder getötet hier. Okay. Oh, die Mine haben wir noch vergessen zu killen. Speichern, würde ich sagen. Hallo, Freunde. Kumpel, hallo. Äh. Wo ist er hin? Okay, die sollten tot sein. Ist er da reingesprungen, freiwillig? Ich weiß es nicht. Das kommt mir so komisch vor. Was macht das denn? Da bist du hin. Oder? Stirb. Das können wir gut gebrauchen. Speichern wir nochmal. Wo zum Teufel geht's hier hin? Die anderen von Dane, die sind etwas... ... wie ihr Kackviecher. No. Was habt ihr davon? Die sind etwas widerstandsfähiger, habe ich schon gemerkt. Sehr viel widerstandsfähiger. Das scheint immer nur ein Raum zu sein hier. Aber wir können noch höher. Okay. Tja, der hat uns nicht kommen sehen. Haha. Äh. Geil. Speichere. Oh, ich sehe Goodies. Schön. Da drüben ist auch noch ein Weg. Und da ist noch ein Weg. Und... Wäre das noch heilig hier? Ah ja. Da gibt es nichts höher. Okay, da drüben gibt es noch was. Oh, lande da drauf. Sehr schön gemacht, Kyle. Ja. Sehr schön gemacht. Oh Gott, warum Minen? Ah ja. Äh. Äh. Zurück. Zurück. Ah, Kyle. Oh mein Gott. Wenn ihr mich gerade sehen könntet. Vom Bildschirm. Mit der Handfläche im Gesicht. Face-Poll-mäßig. Mhm. Mhm. Oh je. Es wird ein langer, langer Abend hier, glaube ich. Ein ganz langer Abend. Meine Fresse. Schwebe. Nein. Scheiße. So geht's auch. Ah, schön. Und jetzt speichern. Dankeschön. Und Licht. Das Licht ist doch noch gut. Und. Äh. Ne, das machen wir nicht mehr mit dem. So. Das ist doch sicher. Ah ja. Oh, und wir sind hier wieder. Welche Überraschung. Oh, nicht schlecht. Waren wir jetzt hier auf der anderen Seite schon? Weil ich hier auch noch die Mine lege. Ich bin leicht verwirrt. Haben wir uns das Versteck hier schon geholt? War hier überhaupt ein Versteck? Doch da unten, hä? Ich speichere nochmal. Nein, das wollte nicht funktionieren. Hey. Oh, das hat gut funktioniert. Das war hier. Okay, das war kein Versteck. Mein Fehler, Freunde. Mein Fehler. Machen wir das mal. Und dann machen wir das. Und jetzt habe ich keine Ahnung, was abgeht. Keil, tu doch was. Oh. Ja. Ich hätte vielleicht Absorption drücken sollen. Oh, Gott. Freunde, ihr glaubt mir gar nicht, wie sehr mich das gerade aufricht. Drücken nochmal das. Jetzt schließen diese Schotten. Und wir können da wahrscheinlich runter, ohne weggeblasen zu werden. Jetzt aber. Es sind nur so Publika Officer. Es sind... Okay. Ich nehme jetzt zurück, was ich gesagt habe. Es sind nicht Publika Officer. Es sind auch diese Typen, die mehr aushalten hier. Oh. Das wird nicht passieren, Kumpel. Ich werde meine Waffe nicht weglegen. Beziehungsweise fallen lassen. Das wird nicht passieren. Nicht mehr in diesem Leben. Hm. Aufzug, bitte. Hier, speichern. Moment, was war auf der anderen Seite? Das ist natürlich so ein Lüftungskanal, wozu auch immer der gebaut worden ist hier. Nur um mir das Leben schwer zu machen, wahrscheinlich. Äh. Okay. Was? Gott. Du hast jetzt mal Sendepause hier, Mr. Officer. Wahrscheinlich ist der andere Aufzug auch hier. Aber hier ist kein Officer. Schön. Haben wir uns noch genau den richtigen ausgesucht. Speichern. Oh, hallo, Freunde. Oh, nicht schon wieder. Ich mag die, diese, ähm, gepanzerten nicht so gerne. Wir laufen weiter. Oh, da bist du ja. Unser bester Freund. Und auch Wiedersehen. Oh, da ist noch ein Officer unten. Und tschüss. Tch. Äh. Wow. Ja, das ist eine große Anlage hier. Ich gehe nochmal kurz zurück. War hier irgendwas Wichtiges? Nee, das war eher so... So ein Beobachtungsraum, hä? Bad Kartons. Ich bin sofort zum... Zum... Ähm, normalen Hallen. Mit der Macht. Ich nimm immer noch Bad Kartons. Drücken wir doch mal das? Äh. Bitte? Würdest du? Ich kann das nicht drücken, Leute. Glaubt es mir oder nicht? Es geht nicht. Ich bin verwirrt. Da sind wir... Komm, da sind wir rumgelaufen. Äh. Warum kann ich das nicht drücken? Bitte, würdest du? Es geht nicht. Es geht nicht. Ich gehe mal hier runter. Es lässt sich sanft, ob hier da und was aufgehen würde. Aber irgendwie... Oh, was ist denn das? Ist das jetzt ein Bug oder so? Ich komme hier auch... Ah, da hinten könnte ich rauskommen, hä? Na, komme ich raus? Ich... Äh. Ich bin so verwirrt. Scheiß-Dinge auf. Wir müssen nach unten. Also nach unten müssen wir. Das ist logisch irgendwie. Teil der Jedi und so. Müssen wir weiter runter, wenn wir bis jetzt auf dem Berg gewöhnt waren. Aber ich... Ich komme nicht weiter runter. Oh, Junge. Würdest du bitte? Keil. Danke. Ähnlich. Und du würdest du auch. Wie ist es, ob das Ding gar nicht da ist? Es macht nichts. Entweder habe ich die Leertaste neu besetzt, was ich irgendwie nicht glaube. Weil der Aufzug geht ja auch noch hier. Ich habe keine Ahnung. Ich bin so verwirrt. Was müssen wir machen? Ich weiß es echt nicht. Ich hätte gesagt, diesen Scheiter hier, aber er will sich nicht aktivieren lassen. Das ist natürlich ein Problem. Ich muss schnell in die Tastenbelegung schauen. Wir sehen uns gleich wieder. Äh, nope, Freunde. Es ist Space. Also, wir müssten mit der Leertaste hier das aktivieren können. Das passiert nur leider nichts. Das ist alles. Ich kann es nicht aktivieren. Ich weiß nicht, warum. Also, ich denke, dass wir das aktivieren müssen, weil... Ja. Ihr seht ja. Vielleicht müssen wir nochmal neu laden. Ich werde immer nochmal neu laden. Ähm. Load, last pick, save. Ach, wir haben hier gespeichert. Wie schön. Äh, ja. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Scheiße. Oh, unser Licht ist gerade... Die Batterien sind gerade ausgegangen. Weil ich vergessen habe, das Licht auszuschalten. Gibt es hier irgendeinen Trick? Habe ich irgendwas übersehen oder so? Moment. Ich schaue mir gerade die Ziele an. Keine Ahnung. Es hat schon irgendwas mit dem zu tun, aber... Wenn, habe ich noch nicht rausbekommen, was. Oder dieser Scheiß-Schalter geht einfach nicht. Ach, es kotzt mich wieder so an. Ich glaube nicht, dass es hier weitergehen sollte. Ich glaube, wir müssen hier so einen Schalter drücken. Aber es geht einfach nicht. Entweder ist meine Leertaste im Arsch oder... Was ich eher glaube, das Spiel ist irgendwie buggy an der Stelle einfach immer. Oder müssen wir hier irgendwas machen? Oh. Ja. Toll. Ich bin auch ein Idiot. Ja. Gut, dass ich nochmal hier runtergekommen bin. Anstatt... Ich hätte es wahrscheinlich versucht, für ewige Zeiten diesen Schalter zu drücken, wenn ich ihn nichts gefunden hätte. Ah ja, jetzt haben sich die Türen geöffnet. Jetzt geht das hoffentlich auch. Meine Fresse. Der war nicht versteckt, nur irgendwie unauffällig. So, jetzt sollte es auch... Sollte auch dieser Schalter gehen. Hoffe ich zumindestens. Äh... Ich werde trotzdem mal speichern. Und da runtergehen. Because I can, you know. Oh, hallo. Oh, wir schweben. Schön. Ähm... Könnte ich hier auch wieder hier raus. Dankeschön. Okay. Nope. Oh, ich will doch einfach nur da hoch. Komm schon. Das kann nicht so schwer sein hier. Ach, komm. Ja, jetzt stecken wir für ewig in diesem Schacht hier fest. Ich glaube, ich hätte erst diesen Schalter drücken sollen. Ich wollte mir das bloß anschauen, weil ich dachte, vielleicht kommen wir da nicht mehr in dieses... Ja, was darunter liegt hier, diesen Raum. Aber... Tja. Warte mal, warte mal. Das machen wir schon. So, und jetzt... Nein. Komm schon. Ja. Yes. Oh, schön. Jetzt öffnet sich das Ganze hier. Oh, und jetzt haben wir so einen... Einen Flow. Einen Pixel Flow. Wie ihr seht. Der Pixel Flow. Of hell. Der uns aber nach oben bringt. Der bringt uns nach oben und nicht nach unten. Tja. Wir müssen ja aber eigentlich nach unten. Warum müssen wir jetzt nach oben? Sehr seltsam. Okay. Nett. Mi gusta. Wenn ich das so sagen darf. Okay, kommen wir nicht durch. Das drückt uns hier nur ein bisschen weg. Äh. Oh, oh, oh. Nicht so stark. Dann gehen wir hier ganz vorsichtig außen rum. Oh, hier ist auch noch ein Versteck. Schön. Okay, ich denke mal, wir können noch weiter nach oben. Boah. Geil. Tun sie uns nicht an. So ist es gut. Äh. Gitter. Oh, schön. Und speichern. Meine Güte. Ich bin unsichtbar. Oh ja, Freunde. Verstecke. 6 und 6. Cool. Cooler Samen. Ich dachte schon, ich hätte 1 oder 2 übersehen. Ihr wisst schon, die Aufzüge. So, und das Level haben wir auch geschafft. Und einen Stern verdient. Den investieren wir mal in... Äh. Ich weiß nicht. Ich glaube, das sind so Kräfte unsichtbar. Okay, das könnte auch nützlich sein. Blenden. Wir sind alle recht nützlich. Aber ich würde das fast in Absorption investieren. Ich habe keine Ahnung, was für Machtkräfte gegen mich noch eingesetzt werden. Und... Was für Dunkle auch. Und ich glaube, Absorption ist eine ganz gute Sache. Und Blenden und Ding, das kommt im Endeffekt fast aufs Gleiche raus. Obwohl, Blenden kann ich nur ein- und unsichtbar machen. Ich glaube, unsichtbar machen ist fast besser. Blenden ist gar nicht so geil, glaube ich. Und jetzt stimmen wir in Absorb... Ähm... An Absorbieren noch ein bisschen was und in... Ja, Überzeugung, beziehungsweise unsichtbar machen hier. Und dann schauen wir weiter. Ja. 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 I". Untertitelung des ZDF, 2020